ja leute herzlich willkommen zum neuen tag ich bin mit das lab hier wir sind hier an so alter nicht hinfallen er hat hier so ein rasenmäher traktor scheiß von seinen eltern ich finde das mal irgendwie voll geil warte schlüssel und dann muss das noch mal angezogen werden jetzt fahren wir mit 8 kmh durch deutschland das geht ab wie so ein crazy kart mach mal die blende mach die blende was so leute ich fahre jetzt mit bauer daniel durch den rote hier schön mit gang schaltung scheiße meine fröhle nein fahr euch weiter ich kann schon v ja alter ich kann sogar nebenher laufen und bin dann schneller digga alles klar leute machen wir erstmal hier so schön verschlangen linien nein nicht in die wiese nein alter was geht mit dem teil ab was ist das alter jetzt bin ich ein rennfahrer rum 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 her Ja, das war's. der ist so ein hajopal guckt euch das noch mal an alter 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 ein unfall digger leute es war zwar anders zu fahren es ist aber verdammt langsam alter so Bis zum nächsten Mal.